Nicht einmal eine Woche ist es bis zum Auftakt der Saison in der Regionalliga Bayern für den TSV 1860, dann ja am Donnerstag, dem 13. Juli beim FC Memming. Daniel Birovka bereitet die Mannschaft jetzt seit über drei Wochen vor auf diesen Termin, auf eine Saison, bei der sicherlich viele erwarten, 60 ist der Favorit. Das Wort Aufstieg macht schon wieder die Runde. Also es ist schon wieder ein gewisser Druck da, der auf der Mannschaft lastet, auch jetzt kurz vor diesem Spiel? Ja, das interessiert mich eigentlich 0,0, was irgendwelche Leute da erzählen, weil, wie gesagt, wir haben in den verstärkten U21 und sind ein paar Spieler aus der U19 das erste Mal rausgekommen. Und nach alledem, was jetzt passiert ist, also in den letzten Wochen, ist es, glaube ich, das Falscheste, was man tun kann, so eine junge Mannschaft an so einem extremen Druck aufzubürden. Und wie gesagt, ich weiß, wie schwer die Regenalliga Bayern ist. Klar, wer mich kennt, weiß, ich gehe in jedes Spiel rein, um das Spiel zu gewinnen. Aber man darf jetzt da keine Luftschlösser bauen oder irgendwie die Mannschaft jetzt extrem unter Druck setzen. Wir haben auch viele Spieler, wie Timo Gebhardt, Mauersberger, den habe ich bisher auch nicht gespielt, Mölders hat jetzt die komplette Vorbereitung verpasst, also wir werden schon eine Zeit lang brauchen. Es ist immer ein Prozess und wir haben immer, also meine Mannschaften haben immer mehr Punkte in der Rückrunde geholt, als in der Hinrunde und das wird jetzt auch wieder passieren. Der Name Mölders ist gerade gefallen. Sascha Mölders, es ist wohl fix, er wird bei den Löwen bleiben. Gilt er jetzt als Neuzugang oder gilt es als Verlängerung? Wie kann man das jetzt einstufen? Ja, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Hauptsache, er ist da. Er war ja vorher da und hat einmal kurz vier Wochen Pause gemacht, hat einmal ein bisschen Urlaub gemacht mit seiner Familie. Und ja, ich bin froh, dass er einfach da ist, weil er uns schon einmal diese Fünkchen-Qualität noch einmal vorne mehr gibt. Vor allem im letzten Drittel, der auch sehr torgefährlich ist und vor allem auch als Typ einer, der vorangehen kann, der keine Angst hat vor irgendwas. Also auch wenn man jetzt irgendwo mal zum Auswärtsspiel geht, dann werden meine jungen Spieler vielleicht ein bisschen überrumpelt werden von den Zuschauern oder auch von dem, was auf sie zukommt. Dann brauchst du halt die Spieler auf dem Platz, die das alles richtig einordnen und die Jungs dann einfach auch Halt geben auf dem Platz. Ein Testspiel wird es noch geben gegen Heimstetten. Das Ganze aber in Bodenmais, im Bayerischen Wald, am Großen Arber. Wird da quasi dann schon die, ich sag mal, elf sich dann präsentieren, die sie bis jetzt außer Kuchen haben, plus vielleicht einem Mölders, der dann schon reinrutscht? Ja, ich hoffe, dass Sascha schon spielen kann. Wäre wichtiger, dass er wenigstens ein Spiel mit der Mannschaft absolviert. Und klar, es kann schon sein, dass es zum größten Teils, oder es ist zum größten Teils die Mannschaft, die wahrscheinlich auch gegen Memmingen auflaufen wird. Ein bisschen Analyse schon betrieben mit den anderen Mannschaften in der Regionalliga Bayern. Ist 60 ein Favorit? Lastet da so ein bisschen was drauf? Ja, das interessiert mich nicht. Also wie gesagt, wir schauen auf uns und was die anderen denken. Das ist mir dann zweitrangig, weil ich wie gesagt, ich weiß, dass es für uns eine schwerere Saison wird, weil es ist ein Prozess jetzt auch für die jungen Spieler, mit dem Druck umzugehen, mit der Öffentlichkeit umzugehen, mit den Medien. Was ich einfach sehen will, dass wir 90 Minuten marschieren, dass man 90 Minuten sieht, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die das Spiel gewinnen will. Und dann, wie gesagt, ich kenne alle Mannschaften in der Regionalliga, ich bin seit zweieinhalb Jahren Trainer in der Liga. Also ich kenne die Liga in- und auswendig und für mich gibt es auch keine Überraschungen. Vielen Dank, Daniel Birovka. Richtig los geht es dann, nicht nur nach diesem Testspiel gegen Heimstetten am Samstag, das in Bodenmals ausgetragen wird, dann erst am Donnerstag, 13. Juli. Erste Spielauftakt zur Regionalliga Bayern. Der TSV 1860 ist dann zu Gast beim FC Memming.